Ich kann Ihnen Fragen zu den Örtlichkeiten der Philosophischen Fakultät verantworten. Zum Beispiel, wo ist Raum 01F03? Wo ist Raum 01D05? Natürlich. Raum 01D05 ist im ersten Stock von Turm D. Suchen Sie noch einen Raum? Nein, danke. Geht in Ordnung. Wenn Sie weitere Fragen haben, wissen Sie, wo Sie mich finden.